hallo kommt bei world of warcraft classic so was wollte mir machen wir wollte glaube ich gucke ob man eine komische typ hier rufen können wie heißt er denn ich mir wollte es glaube ich hier probiere bei der knoche weil das sind die einzige knoche hier in der gegend eventuell die normale bewohner hier kille vielleicht vielleicht auch nicht so schon 60 das muss eigentlich klar gehen der ist joe kommen wie gut also mehr ein jahr gerufen sagt so wunderbar da war mal richtigen das hat joe auch gut geklappt sehr schön gestohlenes silber ich glaube das könnte man da mal machen was ist denn das jetzt in tower im südost irgendwo okay wo muss ich jetzt hier eventuell können wir uns mal auf noch ratscht machen das wäre vielleicht nicht schlecht so sind wir dann jetzt ja okay ja diese richtung können wir bei behalte das passt geben wir die quest ja schon ab dann schauen wir mal ja ratscht kennt man zur abstattete gibt es bestimmt auch diverse gewäste könnte ich mir vorstellen bei den goblins ich glaube das machen wir mal und haben wir das sieht osten ist dann da unten ja da können wir mal da und dann mal hier runter gucken was es hier so gibt aber das gibt es nicht wahrscheinlich von allen länders marona kommen denn es sieht oste durch die quest von rajit würde ich jetzt nur annehmen bin mir nicht sicher aber es ist möglich tauren krieger schon gebraucht kommt dann noch grüße kraft und was krieger sind wieder gut gesucht sieht man das ist das ein und hooter priester mhm wo ist diese quest beziehungsweise wo ist der questgeber geradeaus sehr schön seid gegrüßt tötet blut von raptoren und nehmt ihre federn benutzt die federn bei den drei sensenklauen nestern was das machen wir mal das gucken wir uns mal an das ist wirklich kompliziert an die wütenden sensenklauen besucht das blau raptornest gelb habt dann ist rot raptor nest das außer zugesprächer wenn du das dreimal in der nahe schnell sagen kannst die wütenden die wütenden blut von raptoren im süden südwestlich der praktischen oase ich kompliziert an wir machen sie jetzt mal auf nach hat nimm uns die quest hier mit raus mit der sprache gibt es noch weh so warte mal das bringt der in in sander bluff what the fuck warte mal das hole ich moment werftmeister genau tschüss wir müssen nur sander bluff das ist ein sander bluff das ist die hauptstadt von der taure eventuell da will ich jetzt nicht hin hol ich später wir gehen jetzt erstmal nur ratscht ja warte moment los genau diese richtung ok ne grüne quest das bleibt nur zweit gestohlenes silber der hier tun südlich von ratchett raptor gründe wo ok das können wir gerade machen wir mal deuten müssen wir gespannt da habe ich auch lange nicht mehr was dumme nuss oh mein gott oh mein gott die name was ist denn so hindert das hm eine hyäne moment mal gucken wir hier unten ist sogar eine oase das ist eventuell sogar die die prackige die ich da könnte man mal gucken was das für eine oase ist da war man nämlich noch nicht also muss eigentlich sagen grafisch ist das eigentlich noch ganz gut finde ich also macht jetzt noch kehr so total altbackener in eindruck es wirkt alles ziemlich stimmig das haben sie damals echt schon gut gemacht Hexi ging vor Kupel des Wehklagens was ist denn hier das ist ein modernes Foltergerät wahrscheinlich Moment wo geht es hier hin Was ist hier? Ist hier irgendwas? Nö, ok Deine eben nicht Hups Hau drauf von Ratchet Gott sei Dank mach halt immer nix Gemischtwaren, wo muss man ach ne beim Werftmeister der ist bestimmt unter am Wasser Und guck mal hier gibt es doch schon eine Quest Äh Nachtelf, schaff dich hier weg Was machst du hier? Ksch, ab Ksch Ach so komisches Team dabei Unglaublich Ja, du darfst losen, das ist in Ordnung Zeit ist Geld Habt du? Ja, na Ja, das wird sich gut an Es ist schön, dass ich helfen konnte Ähm, Eier der Kluftmoospinne Joa Booty Bay Shake your booty Äh, ne stopp Das war was anderes Bleib gut drauf Klippe Interessant, interessant Was gibt's denn hier noch alles? Was ist denn das? Was? Was war das? Baron Küstenschipper Käpt'n der Gnadenlos Was? Nehmen wir mal mit Keine Ahnung Hilfe Was ist das hier? Ah Bankiers Gibt's hier Na, das ist mal cool Hab ich irgendwas Auf die Bank? Oh, hab ich sogar Das können wir doch direkt mal machen Redet mit mir Sub 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 Nehmen wir das hier hin Mal Wohlstoff Mach mal Amor weg Kommt bald wieder Das ist ja Total praktisch Cool Hier ist noch was Oh, ist ja Windreiter Ist ja noch besser Dann gehen wir es eh schon bald hin Wunderbar Dann können wir Dann auch sogar Zurückfliehen Wenn wir das Können wir dann einfach Die Quest von Sanderpluff machen Samboflang Das sagt mal noch Irgendwas Der Name Venture Company Bleibt sauber Was liegt an? Schönen Tag auf Ei, 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 ei Eine Bedienungsanleitung What the fuck Was ist hier? Oh, noch Quests Wow Was ist das hier? Goblin Meister Ingenieur Ingenieursgeselle Hallo Ihr da Auf der Durchreise Was es dort gibt Ich kümmere Ein paar Quests Absahne Was ist denn hier los? Achso Du kann man am Schiff Fahr Aber wo Wo kommt man da raus? Zeit ist Geld Moment So Gehen wir uns erst mal Das Zeug ab Minenarbeitersvermögen Schafft euch Nein Bleibt nicht draus Wo kommt man da hin? Denn durch Schieben wir Kappen und das Wasser Das ist in Ordnung Die dürfen wir hier stehen Oder dann können wir Karte Achso Hilfe Also ich habe echt Keine Ahnung Wo man hier rauskommt Wenn man das Schiff nimmt Oh hier Da versteckt sich noch In der Betrag West Das ist ja Fies Ganz selten die Quest Ganz toll Ärger auf den Docks In den Höhlen des Weglagens Schön, dass ich helfen konnte Aha Jetzt haben wir A Quest für die Inni Dann durchstecken wir Das Epony an Was ist das für einer Werkstatt Gedöns Das ist ja Cool Was wir hier alles haben Jetzt gucken wir euch das mal an Wow Das Questlock platzt aus alle Nähe Jetzt drehen wir völlig durch Bist du? Flugmeister Genau Wohin kann ich fliegen? Flieg mal bitte nach Crossroads Und in Crossroads Holen wir jetzt die Quest für Sanderpluffen Gucken wir mal Hat auch noch Park West Green Sanderpluffen Wie ist das nochmal im Deutschen? Donner Donner Donnerdings Keine Ahnung Da habe ich auch nur noch Ganz ganz dunkle Erinnerungen Ja Ach das machen wir jetzt Wo geht es denn so überhaupt hin? Das ist eine gute Frage Hier Oder Mulgur Nehme ich so Muschlag an So Wunderbar 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 Ich bin von den Verlassenen Beeilt euch Die Emulsion Verlädt nach einer Weile Ihre Wirksamkeit Begrüß mal auf Die dunkle Fürsten Schütze euch What the fuck Das ist so gutimed Wo muss ich denn überhaupt hin? Ah ok Genau deshalb wollte ich die Quest vorher nicht annehmen So Ja Jetzt haben wir zwar Bisschen zu laufen Aber Jetzt nehmen wir ein bisschen Was von Landschaft Und da habe ich jetzt gerade mal Lust drauf Mal das Amok gemacht haben Was war Level ist denn die Ampotheker Samara Ok Das ist so in unserem Bereich Das ist cool Überrasch ich die Mo So Moment Ja Könnte tanken Ah ja Man hat sich Reaktiert Wo ist denn das? Dornen Mal der Wildnis Das ist cool Ah ne stopp Das ist das Das ist der Das bin ich Mal der Wildnis Und Dornen Nice Hoch Das hier Könnte tanken Zubau Oder bleifrei Flutwarnkreischer Das ist noch die Wir mal brauchen Oder So Wir gehen muss Trade Nach Mulgur Würde ich sagen Das ist hier Nichts Ja Die Karawane Gucken wir uns Ach die Karawane Diese Diese Oase Gucken wir uns später an Und ist hier noch Annie Ist hier interessant Ah ne stopp Das ist die Da waren wir schon Stimmt die Glühendor Also ist das Hubsa So Das ist die Anna Die Dornen Wo sind das hier? Achso ein Busch Ein Busch So Movin Nee Also Richtung Hier müsste auch irgendwo Eine Kreuzung kommen Okay Hier muss ich Eigentlich irgendwie Richtig sind Das wäre eine Brücke Also so kann ich mich Südliche Goldstraße Ja der Name Aber die Brücke Das sagt man jetzt Relativ wenig Wo geht es jetzt hier Weil es nicht irgendwo Nee ist es nicht Wo geht es nicht um Mulgur Gibt es doch nicht Ach hier Der unteren Okay Zurücklaufen Mal nicht Da gibt es Bestimmte Flugpunkte Muss In jeder Hauptstadt Gibt es sowas Hat er jetzt nicht Bisschen was Aufgedeckt Noch nicht War hier unten nicht Ach irgendwo was mit Kodos 18 Okay Irgendwas mit Kodos Gab es doch Hier im Brachland Worte Worte fuck So ohne das Interessant Ach das ist auch so Lager glaube ich Also nichts feindliches Wenn sie erst mal gucken Was sind das hier Übliches Brachland Hier ist scheinbar Wenig Ja Was kommt hier Okay Okay Mulgur Dorotar Korsos Okay Und Nach unten Würde es 1000 Nadeln Marschen von Dust Wallow Okay Irgendwie Komische Mixtur Aus Deutsch Und Englisch Irgendwie 1000 Nadeln Was anders Dann Dust Dingens Kirchens Camp Was war Camp Camp Taurayu Okay What the fuck Was ist das für einer Gastwirt Okay Kirchner Was ist das Dorthin Nichts Okay Oh hier ist Flugmeister Was bist du Jeder Was ist denn das Moment Quetschzahn Quetschzahn Blastennacken Das Saat Man Noch So Bisschen Was Kann ich das Annehmen Wieso Kann ich das Nicht Ach euer Questlog Ist voll Merde Habe ich Gerade gelesen Das gibt es Echt Volles Questlog Das ist aber gar nicht gut Ich kann auch Quests Abbrecher Aber das Wirklich Will ich Eigentlich Gar nicht Okay Schad Das würde ich Gar nicht mehr Auf dem Schirm Dass sowas Möglich ist Quests Abbrecher Volles Questlog So was So was Ab welches Level kann man HDW 18 Okay Da habe ich Noch ein bisschen Müsst ihr Noch in die Andere Indie So also Hier Ist doch Definitiv Ein neues Gebiet Hier ist so schön Grün Nicht mehr Nicht mehr So Braun Mulgo Habe ich Kaum Gespielt Früher Irgendwas Hätte ich mal Mit dem Medoide Angefangen Aber ich weiß Kein Was war Klass Das war Äh Mermet Haure So Und wo Ist WTF Ey Ich wüsste Jetzt gar nicht Was für Richtung Ich rennen Muss Damit ich Irgendwie Abkürzen Könnt Wo die Hauptstadt Ist Ach Sieh doch mal Komplett Anarsch Aus Schon mal Cool Bist du Hünder Oder Was Bei uns Am Glück Wahrscheinlich Der Ohre Nee Moment Nee Der Kommt Nicht hoch Das ist Auf dem Berg Da Vorne Ist Schon Lager Da Ist Dann Hoffentlich Auch Irgendwie Eine Kreuzung Ein paar Hinweisschilder Bist Du Moren Cloud Stalker Stalker Unglaublich Der Wolf Grätzt Dich Moment Glothuf Okay Gut Alles 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 Klar Ich Könnte So Es gibt Neue W Enemie Das Mal Irgendwie Quests Gibt Gibt Wo man Sehr Schon Zehn Minuten Einfach Nur Am rumlaufe Ist Okay So Du Ist Ein Hinweisschild Kamp Narasche Plothuf Brachland Ne Brachland Ist Interessant Sanderpluff Diese Richtung Sehr Schön Bei Navi Haben wir Noch Nicht Keine Erinnerung Hieran X X Gerade Weil ich Es Halt Stone Bull See Weil Ich Es Echt Kaum Gespielt Haben Jetzt Ist Die Frage Ob Man Hier Quests Kriegen Würde Aber Das Wäre Sie Egal Könnte Eh Nichts Mehr Andere Ja Sagen wir Es Mal So Dann Wird Mal Zum Lischen Acht Da Erkennt Man Keine Gucke Ob Man Hier Ein Flug Punkt Das Könnt Man Schnell Gucke Oder So Viel Zeit Noch Klar Ich Wenn Mal Es Hier Vorbeilaufen Wär Ist Das Seht Ich Ja Schon Gut An Okay Hier Gibt Es Gar Keine Gut Ich Hätte Jetzt Vermutet Dass Es Hier Was Gäb Na Da Wird Wahrscheinlich Hoffentlich Nimm Zu Weizen Das Mach Schon Gut Hey Rechts Überholen Geht Gar Nicht Cool Das Sandablauf Hünne Das Das War Doch Irgendwie So Grob Ein Bisschen Höher Doch Das Ist Das Ja So Ganz 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 Dunkel So Und Dann Gucken Wir Mal Ob Man Das Dort Auch Gleich Find Was Wer Muss Das Überhaupt Kriegen Apotheker Gut Wo die Ist Ist Die Andere Sache Also Quest Abgeben Flug Punkt So Und Ja Dann Wär's Das Für Heute Bei der Einer Seite Haben wir Nicht Viel Gemacht Auf der Andere Seite Haben wir Ein bisschen Was Neues Wieder Entdeckt So Auch Schon Mal Was Ah ja Sander Bluff Territorium Der Horde So Ganz Ganz Dunkel So Hat Mal Das Alles Nein Verdammte Axt Moment Hinde Auch What The Fuck Naja So Kommt Schon Was Was N LFM Looking For LFF We're Looking For Freedom Aber Hm LFM Keine Ahnung Looking For Mage Oh Gott Das ist schon Da Quests Aber Ich Muss Erst Mal Apothekerin Apothekerin Hier Ist Wieder So Interessant Interessant Irgendwas Irgendwas Sehen Wo sind Windreiter Meister Hier Bestimmt Nicht Hier Oben Keine Ahnung Das Wäste Bestimmt Oder Ganz Oben Auf Der Totem Treppe In Der Stadt Mitte Das Ist Schon Kommen Wann Und Warum Und Überhaupt WTF Ey Ich 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 Fühle mich Wieder Leicht Überfordert Stimmt Da war Was Da war Was So Ganz Dunkel Dass Man Hier Auf Verschiedene Ebene Raus Kann So Ah Ja Interessant Wunderbar Wunderbar Jetzt Müssen Man Nur Noch Diese Apothekerin So Was Ist Hier Okay Was Bischen Du Fleisch Verkäuferin Bin Totem Köder Behüter Das Sieht Man Nicht Sonderlich Nach Oh So Der Oberhüter Klingt Gut Hier ist Mal Bestimmt Falsch Hier ist Bestimmt Keine Apotheke Hier ist noch Quest Anhöhen der Ältesten Anhöhen der Geister Verzauberkunst Sie lebt Sie lebt bei den Teichen der Visionen In einer Höhle Unter den Schamanen Anhöhe Steilhang Der Geister Moment Wo Wo Anhöhe Der Geister Ach du Meine Herren Du 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 War Du Nicht Auch Der Lehrer Für Die Hexemeister Oder Irgendwie Sowas Ich Glaube Hier War Ich Mit Dem Öfter Oder Ist So Der Priester So Ganz Dunkel Dass Ich Seit Unab Und Zumo War Zumal Zu weit Sprung Fall Hier Unab Waa Die Ganze Weg Wieder Hoch Teiche Der Visionen Zum Stimmt Pilze Zun Aufgelöst Und Gott Was Oder Von Und 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 Priesterlehrer Magielehrer Doch Die Priesterlehrer Okay Ja Ähm Erhöht Die Gesundheit Beweglichkeit Das Da Wich Gut Oh Wo Kriegt man Das Was Ist Das Da Oh Höhlen Höhlen Wehklagens Okay Aber Da Wollen Wir Noch Nicht Höhlen Des Wehklagens Ähm Gibt Es Hier Noch Quest Die Hol Ich Mal Jetzt Noch Nicht Weil Das Immer Noch Ein Bisschen Davon Entfernt Hallo Ist Ist Dass Der Tod Entscheidet Im Silberwald Okay Im Silberwald Ich Nehm Es An Such Nicht Den Tor Da Muss Mal Eh Nehm Okay Unser Quest Druck Ist Jetzt Wieder Voll Das Heißt Wir Können Leider Nichts Machen Wir Müssen Es Eher Schon Was Abarbeiten Warte Fack Wo Geht Es Hier Wieder Hin Zurück Oder Ich Hoffs Doch Dann Würde Ich Sagen Wir Schnappen Uns Suche Uns Irgendwo Wieder Den Windreiter Dings Und Fleen No Ratchet Dass Wir Ein paar Quests Erledigen Können Weil Da Haben Wir So Einiges Aufgesammelt Da Könnt Man Auch Bestimmt Einiges Abarbeiten Das Ist Doch So Ein Plan Wir Müssen Jetzt Schon Wider Während Gun Schien Überzuhren Aber Sowas Von Gut Dann Ich Habe Es Angekündigt Hier Cut Geht Dann Weiter Bis Dann Bye Bye